So, Freunde, jetzt geht nämlich schon die Folge los, weil, erstmal grüßt Scott, jetzt hier wieder auf Davids Kanal. Hallo! Aber, ich sehe ein bisschen langweilig heute aus. Es regnet. Oh, scheiße! Nein, es funktioniert. Okay, Moment, Moment. Was machst du da zum Heiligen Bambanius? So, hab ich jetzt ein bisschen hübscher gemacht. Jetzt fühle ich mich schon viel fitter. So, und jetzt bin ich hier bereit, ein paar Affen abzuziehen. Ja, bist du bereit? Ja, ich bin schon bereit. Ich bin auch gespannt, was du an hast. Ohne Witz, ich kann es mir nicht vorstellen. Ey, ohne Witz, sowas Sexies hat man halt einfach auf YouTube noch nicht gesehen. Ja, aber dann, wenn man mich abonniert hat, dann schon. Nee. Ach, schade. Ich habe einfach so eine gravierende Style-Änderung durchgemacht. Ey, ich bin einfach mit so vielen Kämpfern einfach übelst überfordert. I'm sorry vor der Unterbrechung. Ja, warum? Ich wurde weggeballert. Ja, magst du vielleicht mal sagen, was heute die Besonderheit ist? Was sagst du? Ob du vielleicht mal erzählen willst, was heute die Besonderheit ist? Gerade ist die Verbindung sehr schlecht umgelogen. Jetzt Hashtag No-Joke. Hashtag Real-Talk. Ja, okay, dann erzähl ich es nicht einfach. Wir zocken heute mit zwei Abonnenten von David zusammen, während er eine rechte Internetverbindung hat. Das könnte man noch sagen, dass zwei Abonnenten heute dabei sind. Random ausgesucht. Beziehungsweise, ich habe mal nachgefragt, wer so Bock hätte. Und ja. Er könnte mir auch für mich verdoppeln. Ohne Witz. Nur weil ich pink bin, heißt es nicht, dass du mit mir machen kannst, was du willst. Was sagt David dazu? Ich habe keine Verbindung. Danke für deinen Fall, David. Willkommen bei der Telekom. Das könnte so eine Werbung sein. Sie haben Probleme beim Skypen, während sie mit einem Kumpel Super Smash Bros Online spielen und ein Video für YouTube produzieren? Dann wechseln sie nicht zur Telekom. Danke für ihre Aufmerksamkeit. Tschüss. Oh. Aua. Digga, was war das? Oh Mann, ein Cuidro. Ohne Witz. Oh Junge. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich für Moves habe, aber ich bin pink. Einfach spiel. Ohne Mist, ich spiele gleich den Refit Trainer. Ey, ungelogen, das ist einfach so Smoothie, seine Bewegungen. Der sieht so mega erotisch aus, ungelogen. Smoothie, oder? Nicht smooth, sondern diesen Smoothie. Was ist so? Apfelsmoothie oder Banane? What? Ja, ich brauche nicht mit dir reden, wenn du jedes fünfte Wort von mir verstehst. Ja, eben, jedes dritte Wort verstehe ich nicht. Ja, okay, dann machen wir es jetzt anders. Hunsohn, Hunsohn. Hallo Hunsohn, Hunsohn, David. Okay, okay, das verstehe ich nicht. Ich verstehe zumindest das Sohn und davor das Haar. Und daraus kann ich mir schließen, was du sagst. Hunsohn. Genau. Weil ich habe mir nämlich einen Welten gekauft. Als bin ich weg. Ne, das kann nicht wahr sein, ungelogen. Das ist Cheating-Pur hier, ungelogen. Oh, scheiße. Als ob die gewonnen hat. Als war übelst knapp. Ja. Das war sehr knapp. Okay, aber ich habe mehr Kills als die. Ja, ich bin Zweiter. Wenn du David oben sehen willst, musst du die Tabelle drehen. Die Letzten werden die Ersten sein. Willst du David oben sehen? Musst du die Tabelle drehen? Oh, ey, ich komme echt. Ich komme auf meinen Style einfach richtig nice, klar. Ohne Witz. Ich könnte so heute zum Handball gehen. So, hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Ja! Boots! Spür die Macht des Sports. Boots! Boots! Nein! Ich bin irgendwie fitterig, das ist Kacke. Aber seine Bewegungen sehen so geil aus. Bam! Oh, Junge! Zack! So, weg mit dir! Bam! Weg mit dir! Bam! Weg mit dir! Legt euch nicht mit Ganondorf an! Mann! Bitter viel! Warum habe ich die Camper genommen? Ne, egal. Wenn ich an mich glaube, dann weiß ich, können wir es schaffen. Der Wii Fit Trainer und ich. Guck mal, wie smoothie er da gerade steht. Ohne, ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Oh, fuck. Dieser René, ne? Ja. Der gibt mir schon ein bisschen auf den Sack mit seiner Lucina oder Corin oder... Heißt, Kack-Fire-Emblem-Charaktere, ne? Ohne Witz, die kennt eh keiner. Das hat dir René auch gegeben. Zack! Hä, was? Was? Ich hatte 0%! Ich hatte 0% und wurde gerade gefistet. Was ist hier gerade passiert? Ja, das ist verdient, würde ich sagen, ne? Das ist... Was ist hier gerade geschehen? Wie geht das? Das Spiel hat sich an dein Skill-Level angepasst. Moment, war das gerade komponiert. Ich bin gerade mit 0% einfach rausgeflogen. Nach oben! Boah, das kann passieren, ne? Boots! Boots! Nein! Wie viel Trainer gibt Gubi! Wuhu! Ey, hier passieren mysteriöse Dinge, das sage ich euch. Irgendwas läuft hier nicht mit rechten Dingen zu. Meinst du? Ey, dieser René, ne? Ohne Witz, wenn ich den mal treffe, dann... Dann... Huggits AMK-Army. Der Refit-Trainer. So. Meine Liebe. Oh, ich hab mir in der Luft Zerus und Samus gesnackt. Komm schon, der Refit-Trainer muss regeln! Ich hab mir... Auf geht's, we fit kämpfen und siegen! Oh, Junge, zieh durch, Mann! Guck dir das an! Auf geht's, we fit kämpfen und siegen! Guck mal, ich kann sogar einen Fußball holen! Hä, was mach ich jetzt? Was hab ich da gemacht? Ey, du hast gerade die Hashtag AMK-Army gerufen, aber sie hat nicht geantwortet. Ey, ohne Witz, du hast keine Chance gegen Corrin. Ich hab gesagt, kauf mal ein Eindruck. Schau mal, der schießt einfach Wasser auf dich. Na, guck! Das ist so krass, ich hatte 0% hat Corrin irgendwas mit mir gemacht und ich bin rausgeflogen. Ich lebe noch! Oh, come on! Gib dem Refit-Trainer eine Chance! Guck mal, wie er da steht! Okay, Konzentration. Wir brauchen ein bisschen Ernsthaftigkeit hier. Außerdem wollte ich ja nochmal anmerken, dass Sirius und Samus immer auf mich gegangen ist. Ich glaub, da hast deine Abonnenten geschmiert. Meinst du? Deswegen kommt der Refit-Trainer, der Polizist, in Smash Bros. Alter, das Wasser war richtig überraschend. Damit hast du gar nicht gerechnet, gell? Ja. Hashtag AMK-Army. Hashtag Hashtag! Nein, nein! Alter, du! Wurde es gerade einfach getragnt. Eben, da kam wohl der King of Prank. Boots! Ich liebe den Refit-Trainer. Ja, jetzt wird's passiert. Ja, leider. Da hat er mich überrascht. Mein Outfit juckt ein bisschen, muss ich sagen. Was sagst du? Mein Outfit juckt ein bisschen. Was hast du an? Ey, könnt ihr mal bitte aufhören, irgendwie so Insta-Yoga zu machen? So jeder macht selber seine Bewegung, sondern könnt ihr mich mal bitte auf die Fresse geben. Das ist so geil, ich hab' gelogen. Ich komm hier auf diesen Kämpfer, klar. Guck dir das an. Ey, Leel. Wir sind ja auch gerade auf dieser, äh... War das Nintendo? Nein. Das ist Wii Sports Plus. Wii Sports, genau. Ne, Resort, oder? Resort, ja, so hieß das, genau. Und das ist ja diese Landschaft hier. Oh, Mann, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Ich muss sagen, ich find die Insel ziemlich geil. Ja, ich auch. Es war immer geil. Ja, so, weg mit dir. Congratulations. Bist du Vierter geworden? Wenn ja, sind wir jetzt gleich auf. Nein, ich bin Dritter. Ja, come on. Ja, weil ich hab mir einfach, kurze Beschreibung, ich hab mir Sirus und Zammus in der Luft gepackt und hab sie einfach mit mir in den Abgrund gerissen. Dann waren wir beide gleichzeitig tot. Ich wusste aber nicht, dass ich so ein Move kann. Ja, gut, ja, so weißt du es. Ey, ich seh so sexy aus. No joke. Ey, wenn du, wenn du das Video siehst, du kriegst einen Insta. Du weißt schon. Ich weiß, was du meinst. Werde ich das echt so schön finden. Ja, wirst du. Hä? Kann man da oben drauf? Ja. AMK Army. Würde ich dir, würde ich dir, ja, AMK Army. Nur die AMK Army kann das. Du nimmst immer die schweren Charaktere. Fuck, jetzt bin ich da oben, das wollte ich nicht. Kann das runterfallen? Ja. Das ist nicht optimal, wenn du darunter stehst. Gut. Axel. Ey, es eskaliert halt einfach so hart. Es war keine gute Entscheidung, Sonic zu nehmen. Vor allem nicht auf dieser Stage, die ich selber noch ausgewählt habe. Ey, ich will nicht da hoch. Kann man das eigentlich irgendwie einstürzen lassen? Ja, kann man. Das ist doch schon mal runtergefallen. Hey, 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 hey. Jetzt leckt es aber hier. Jetzt bin ich schon wieder da oben. Ich spürte die Geschwindigkeit von Sonic. Aka, use them both. Komm schon. Bam! AMK, da hat die AMK. Oh, scheiße, ist nicht ausfallen. Da kam direkt die Antwort. Ey, ohne Witz. Dieser Gelbe, ich weiß nicht, wer das ist. Aber der geht immer auf mich. Oder sie. Oder... Irgendwer. Ich weiß nicht, wer sich hinter diesen... Ohne Witz. Wenn ich den finde. Ich bedrohe deine Abonnenten. Du bedrohst meine Abonnenten. Jetzt in den Titel schreiben. Hübi bedroht meine Abonnenten. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Hashtag Beef. Nein, nein, weg, 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 weg. Wenn ich mir bitte aufnehme, auf mich zu gehen. Ohne Witz. Nächstes Mal wird dieser Kampf auf meinem Kanal geführt. Mit meinen Abonnenten. Und dann ohne Witz, AMK. Ja, AMK. Die AMK-Army antwortet. Sonic ist einfach der größte Abfuck. Ey. Ich mach Prozesse. Ohne Witz, dieser Gelbe, ne? Oder sie. Oder er, sie, es, wir, sie. Dritter Form, plural, nominativ, plus, kam perfekt. Ey. Geht mal auf den Blauen. Ey, come on. Die ganze Zeit nehme ich Prozente bei ihm und du boxst ihn dann weg. Geht es eigentlich auch um die Kills oder nur wer am längsten überlebt? Ne, es geht um die Kills. Ah, okay. Dann bin ich ja gar nicht so schlecht. Ja. Als ob. Was passiert hier? Oh, jetzt rasiere ich aber gerade richtig. Ohne Witz. Komm schon. Gutes. Oh, als ob. Oh, ich hätte ihr gerade so gegeben. Ja, jetzt fliegt weg, meine Fräsen. Komm. Das war knapp. Na, wachs. Aber na. Jetzt ist es ein 1 gegen 1 hier. Nein. Ah, bam, Junge. Aber der Gelbe ist raus, ist ja schade. Ja. Wie kommt es, dass ich noch zwei Heben habe? Ach ja, stimmt. Weil ich die ganze Zeit hier rumrolle. Oh, nein, 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 nein. Das überlebe ich noch. Das war knapp. Hä? Ich habe doch den John Cena Kick gegeben. What the fuck? Alter, ich bin gerade hart konzentriert. Ohne Witz. Hat bei Sonic keinen Sinn. Ich bin schnell wie You Sam Bolt. Oh, ich habe nichts gesagt. Du bist gerade schnell wie You Sam Bolt rausgeflogen. Ja, ich war so schnell, dass ich halt die Schallmauer durchbrochen habe. Ey, ich muss ja sagen, die Fans sind schon hart animiert, gell? Die sind schon immer sexy. Eben. Da hat sich Nintendo sehr viel Mühe gegeben. Boah, guck mal hier. Könnt ihr mal bitte aufhören, von mir zu flüchten? Danke. Oh, ich habe... Ey, ohne Witz. Das ist einfach nur Betrug, was du machst. Das ist Gön pur. Nein! Nein! Was habe ich gerade gesagt? Okay, Konzentration, Leute. Es geht hier um Leben und Tod und... Oh! ...Kampf geht ganz schön lang. Oh! Da hat Yoshi aber mal richtig hart mein Arsch geküttet. Ohne Treten, im Boxring. Ohne Treten, ohne Cousins. Ohne Kratzen, ohne Haare ziehen. Moment, ich will hier auch drauf springen. Hui! Hui! Ups. Nein! Oh, das war knapp. Was musst du machen? I'm in a course! Was kann ich eigentlich gegen dich in deiner Super Saiyan-Kugel machen? Nichts. Gestern! Mann, nein! Ich muss ihn nur noch einmal treffen. Das kann nicht so vorbeigehen. Oh, ich hab doch... Spür die Macht von Sonic. Aka-Ju-Sympuls. D-d-d-d-d-d-bitte nicht! Ja! Nein! Das ist Betrug! Du hattest 150% und ich krieg's... Die Smash-Boss-Aufnahmen, die sind so cool, weil du einfach so scheiße bist! Ey, vor allem die ganze Zeit, ne? Du hattest 150% und ich war bei 70! Ja, da hast du halt einfach mal kurz die Kameralinse geküsst. Äh, Mann, ja... Oh, Mann, nein! Ey, das war so knapp, ne? Oh, ey, ohne Witz, die Aufnahme mit dir, da bin ich danach immer so emotional einfach nur am Arsch. Das ist einfach so energiegeladen jedes Mal. Ach, kann ich verstehen. Oh. Irgendwann wird dieser eine Tag kommen. An dem Thomas G. Er hat doch nichts in der eigenen Aufnahme verliert. Ja. Das ist wie mit Team Rocket und Ash. Ja. Es endet immer gleich. Aber trotzdem versuchen die's immer wieder. Ja, aber eine Sache ist halt relativ wichtig. Einfach mal einen Daumen nach oben geben. Ja, jetzt beginnt das wieder. Nein, 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 die wissen ja jetzt, was kommt. Einfach halt einen Daumen nach oben geben, dann ist das in Ordnung. Dann besuche ich euch nicht. Eben. Klatsch euch. Wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, helft ihr. Wenn ihr keinen Daumen nach oben gebt, seht ihr genauso aus wie ich jetzt. Und das will niemand. Nein, wirklich nicht. Was hast du an? Ich kann's mir immer noch nicht vorstellen. Ich schick dir gleich ein Bild. Okay, danke. Ja gut, aber jetzt machen wir keine lange Abmoderation. Es ist das Video ewig lang ohne Inhalt. Freunde, haut rein, das war's von mir. David hat das letzte Wort. Danke, dass du wieder dabei warst. Irgendwann wird dieser eine Tag kommen, an dem ich gewinnen werde. Mit Sicherheit. Eben. Bye, bye. Haut rein. Ja gut, da geht's. Ciao. . Bis zum nächsten Mal.